Auto, Bus oder Bahn. Mit welchem Verkehrsmittel kommt man in der Rushhour am besten von Mainz nach Gießen? Ist das Auto schneller und unkomplizierter? Ist der Bus am komfortabelsten und günstigsten? Oder schlägt die Bahn alles dank ihrer Umweltfreundlichkeit? Das testen wir am Montag. Morgens um 8 geht's los. Wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Begleitet uns live auf den Social Media Kanälen eurer Zeitung. Das große Fazit gibt es dann am 22. Juni in eurer Zeitung und auf den Nachrichtenportalen der VRM.